Eine abgeschlossene Berufsausbildung, interessante Fachvorträge aus der Branche, viel Praxisunterricht, Sprachzertifikate, Übungsfirmen, spannende Events. Das alles und noch viel mehr bieten die Tourismusschulen Salzburg. Sie haben eine lange Tradition und garantieren eine Tourismusausbildung auf höchstem Niveau. Die Privatschulen der Wirtschaftskammer Salzburg mit ihren drei Standorten in Bad Hofgastein, Bramberg und Klessheim sind auf unterschiedliche Schwerpunkte spezialisiert und bieten ein breites Spektrum an Schulformen. Die Tourismusschule Bad Hofgastein ist für alle Schüler interessant, die sich für Lifestyle, Wellness, Kulinarik und Sport interessieren. Drei Ausbildungsangebote stehen dabei zur Auswahl, die Höhere Lehranstalt für Tourismus, die Höhere Lehranstalt für Tourismus und Ski und die Meisterklasse Kulinarik, die von Haubenkoch Andreas Döllerer mitentwickelt wurde. Je nach Schultyp erhalten die Schüler eine Tourismus- und Managementausbildung und können Leistungssport betreiben. Außerdem erwerben sie eine ausgezeichnete Allgemeinbildung und hohe fachpraktische Kompetenz. Die jüngste im Bunde der drei Tourismusschulen ist die Tourismusschule Bramberg. Eingebettet im Nationalpark Hohetauern setzt sie auf eine praxisorientierte Ausbildung in familiärer Atmosphäre. Die Höhere Lehranstalt für Tourismus bietet in fünf Jahren eine umfangreiche Allgemeinbildung mit Matura-Abschluss. Neben viel Praxiserfahrungen im Unterricht absolvieren die Schüler auch Ferialpraktiker in Tourismusbetrieben. Der Aufbaulehrgang bietet Absolventen von Fach- oder Handelsschulen die Möglichkeit, in drei Jahren die Matura zu absolvieren. Die dreijährige Hotelfachschule mit der Vertiefung Digital Business richtet sich an Schüler, die in der digitalen Welt zu Hause sind und mit den neuesten Technologien vertraut sind. Die Tourismusschule Klessheim punktet mit internationalem Campus-Flair und ist über die Grenzen hinaus als Unternehmer-Kaderschmiede bekannt. In Klessheim gibt es neben der höheren Lehranstalt für Tourismus noch die dreijährige Fachschule für Ernährung und Sport. Für jene, die die Matura bereits absolviert haben und in der Tourismusbranche durchstarten möchten, ist das Colleg für Hotelmanagement die richtige Wahl. Moderne Internate mit persönlicher Betreuung und vielen Sportmöglichkeiten kompletieren die Angebote der Tourismusschulen Salzburg. In den Praxisbetrieben, dem Eventbetrieb Kavalierhaus Klessheim und dem Lehrhotel, das Alpenhaus Gastein in Bad Hofgastein sammeln die Schüler während der Schulzeit wertvolle Praxiserfahrung. Ob im Hotelmanagement, Tourismusorganisationen, Eventmanagement oder als selbstständiger Unternehmer, die Tourismusschulen Salzburg ermöglichen sämtliche Karrierewege. Mit ihren praxisnahen und weltweit anerkannten Ausbildungen öffnen sie für die Absolventen Tür und Tor in die weite Welt.